Hey, kennt ihr das Problem? Ihr wollt auf einem Minecraft-Server spielen, aber findet ihr passt so optisch gar nicht zu dem ganzen Server, wo ihr drauf spielt. Zum Beispiel haben wir da ein Naruto-Theme. Dafür habe ich eine Lösung, denn wir haben hier die Mod Local Looks. Mit diesem Magic Mirror, was wir hier besitzen, können wir nun einfach einen Skin in eine URL eintragen und den auswählen. Wir können außerdem unseren Armen passen oder einfach die Datei bereits raussuchen, die wir uns lokal abgespeichert haben. So können wir hier einfach mal das Naruto aussehen, selekten und nun sehen wir auch schon im Spiel wie Naruto aus. Ist das nicht krass?